Das klingt ein bisschen pornoös mit diesen Basslaufenpapas Moin Leute, der Paul hier und jetzt geht's direkt mal runter Das ist übrigens mein Vater Den stelle ich euch jetzt mal vor, das ist mein Bruder Und zusammen haben wir eine Band, da spricht er schon Falk & Sons und wenn ihr euch das anschauen wollt, was wir machen Das tue ich euch auch schon mal in die Beschreibung unten rein Und wir haben jetzt eine Probe, weil wir haben übermorgen ein Konzert in Köln Und jetzt geht's in den Proberaum hier So, der Alte spielt schon Das ist mein Vater Das ist mein Vater So, wir lächeln mal an die Kamera So, und das ganz coole ist hier, wir haben nämlich zwei unterschiedliche Räume Hier ist Max, Max guck mal hier Und damit wir uns sehen können, ist hier ein Spiegel Das heißt, wenn wir hier sitzen, dann sehen wir den Max durch den Spiegel Und können darüber kommunizieren Ja, und jetzt proben wir einfach mal ein bisschen Oh, das war ein falter Ton, das können wir nicht senden, Papa Max, multifunktional Kurz in einem Trampfilm mal ganz schnell auf dem was zu drecken rollen und im Schlussakkord Wurf Filmst du etwa immer noch? Ja Cool, wunderbar Ich glaube, das schneide ich lieber raus Und jetzt Musiker bei der Arbeit Was war noch mal du und was war noch mal Moll? Und jetzt Musiker bei der Arbeit Was war noch mal du und was war noch mal Moll? Ende vom italienischen Konzert Super, jetzt kannst du mal singen Wir müssen Sag Ja machen, haben wir noch gar nicht gemacht Ich nehme deine Hand Und renne durch die Wand Komm mit, wir sind fast da Das klingt ein bisschen pornös mit diesem Bass draußen, Papa Was machst du mit deinem Smoothie? Du sollst Musik machen! Tschüssi, abonnieren nicht vergessen Tschüss von den Falks, ciao Tschüssi